Oh, E-Mail vom Klaus. Meeting Raum 3. Jetzt? Willst du doch mal? Und du auch hier? Wegen der einen Sache? Das kann doch nicht sein. Ich hab keine Ahnung, das war eigentlich idiotensicher. Hey Klaus, na? Das kann ja nicht sein, das tut uns nicht. Ich bin echt zuvoll auf der Seite gerade. Warum sind wir schnell nur suchen? Das war echt zuvoll. Ihr fahrt die Tour Transalp und bekommt beide ein neues Bike dafür. Ich bin der Björn, arbeite im Produktmanagement. Ich bin der Christopher, arbeite im Service. Zusammen fahren wir die Tour Transalp 2018. Von Brixen bis an den Gardasee. Hier mal die knallharten Fakten. 800 Kilometer, 18.000 Höhenmeter als Team. Genau, das ist so die Fahrt, die man eigentlich als Rennradfahrer machen möchte. Das Mehrtages-Event im deutschsprachigen Raum. Die Herausforderung 2018, das werden wir gemeinsam durchstehen. Wir sind erprobt, wir sind in Ötztaler zusammengefahren. Nürburgring, Solo oder auch als Team, wir wissen hoffentlich, worauf wir uns einlassen. Wir werden das Ding rocken. Das wird auf jeden Fall eine dicke Nummer. Wie wir uns darauf vorbereiten, seht ihr in den kommenden Videos. Als nächstes steht ein FDP-Test an und wie wir uns da schlagen, seht ihr im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.